Was hier kunterbunt und knallig seine Türen öffnet, ist die neue Fellmarer Kulturbahn. Die Tram mit der Nummer 462 wirbt ab sofort im gesamten Liniennetz der KVG für das kulturelle Angebot in Fellmar. So eine Ganzbeschriftung kostet bis zu 10.000 Euro. Verständlich also, dass die Werbung für gewöhnlich mindestens ein Jahr lang kleben bleibt. Damit die Fahrgäste weiter ungestört aus dem Fenster schauen können, werden die Folien nur auf maximal einem Viertel der Scheibenfläche angebracht. Die einzige ihrer Art ist die Fellmarbahn aber nicht. Insgesamt 63 der 79 Straßenbahnen im Streckennetz der KVG sind Werbetrams.